Du, Trudeschatz? Ja? Willst du? Nein, nein, nein. Also Ringe habe ich nun wirklich gesehen. Was willst du dann? Guck mal, die Hyundai Fee. Ein neues Auto. Das wäre cool. Sie haben hier 609 PS. Die Batterie hat eine Leistung von 84 Kilowattstunden. Sie haben permanenten Allradanspruch. Hat der auch einen Schminkspiegel? Und was für einer! Und Rudeschatz, willst du jetzt? Ja, ich will.